Schade finden da mich ganz zum Schluss, ein Sniper. Gut, die Wäldern waren mein Favorit. Die Drachen, wo ich alles rausziehen muss, die sind auch cool. Als Repetier Jagd, ich werde das mein Lieblingssniper. So, jetzt kann ich die Sniper zeigen. Ja, ich werde die Sniper zeigen, Jürgen. Ja, das reicht. Okay, okay. Und mit den Heavy Sniper. Aber, nehmt den mal auf. Der Dreischuss, das ist der, der in Chapter 30, Nance. Ja, ja, der ja. Der ist echt super. Und natürlich auch... Alltime Favorit. Raygun. Ja. Und natürlich. Die Linie für den Sniper. Ja, der schießt so ein bisschen so, gell? Ja, der hat, äh... Fünfer. Das ist gleich Damage für den Heavy Sniper, oder nicht? Äh... Fünfer und achtzig, warte mal. Nein, schieß mich noch. Warte, ich schieß da mal am Körper. Körper, Körper. Zehn hat Körper Damage und die Explosion macht... Ja, wo der ist? Nein, mir fünfer und siebzig. Also fünfer und achtzig. Steht eh dort fünfer und achtzig. Und jetzt fünfer und siebzig. Und jetzt fünfer und siebzig. Fünfer und zwanzig. Und fünfer und siebzig. Also hundert. Ein Hedgehot. Nicht schlecht. Ah, jetzt muss ich was probieren. Fett zu nehmen, bitte. Ja. Geht? Hedgehot oder kein Hedgehot? Wurscht. Okay. Ja, schiess. Ja, schiess. Ja. Ah, dann muss ich erst anfangen. Schiess nochmal. Hoppen, das ist ein Name. So. Hinten, das ist ein Name. Schiess. Oh, da war es. Der Mode Box geht zu oben. Ja, ich weiß sie. Warte. Wer ist denn? Robin! Robin, wir haben doch gerade was getestet, du Idiot. Ja, ich will das wissen. Ich hab's ja gut gemacht. Ich hab ja getestet. So, warte. Lass mich nicht mehr in die Jagdreppe. Die Boom-Sniper. Warte. Haben wir schon was mitbringen? Robin ist nervös. Ja! Okay, Robin. Aufhören, 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 aufhören. Was ist denn schon wieder? Die testen nur was. Der Jürgen und ich würden jetzt den Test fertig machen, okay? No, das ist. Ich hab eine voll Chance gehört. Ach so. Na gut. So, jetzt geht's Jürgen. Schatz, kann ich schon langsam weggehen? Okay, niemand anderen. Erst, nicht auf den Ballern. Ich würd noch was testen. Hab das mit dem auch gehört, Jürgen? Mit Schwert. Ja, ja. Geh er. Das ist jetzt nicht da. Das reicht's zu stellen. Das reicht's, Robin. Das reicht's, Robin. Ja, mach mal den da drin fertig. Ich muss ja da ran. 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 Ich muss ja meinen, er hat schon den Jürgen zu bringen. Ich muss ja noch wegziehen. Der Welt-haut-haut-haut-haut-haut! Scheiße! Ah, come on. Ich muss ja einen Weiter-testen. Wir sind schon fertig mit dem Test. Ich weiß sogar bald. Wenn wir so einen oberen Sniper machen, dann ist das ein bisschen. Das ist ein Fäger. Sieh! Da ist er! Merde! Hä? Das war's! Das war's! Das war's! Okay. Ich kann nicht sein. Ich kann nicht sein. Gott sei Dank! Oh, ich habe Dottem-Divor von der Hand. Ja, ich... Ich habe das Bauzeichen zum Bauen aber... Ich kann nicht mehr machen. Oh mein Gott! Danke. Für die Erlösung. Ich erlös dich... Von den Bösen. Ich verlös! Zaki! Es gibt doch Bumerang. Mit der Krach Bumerang, man. Ja, trifft er nicht, Lügen! Ich stirb! 1 Meter vor die Wirf ist er ins Gesicht! Da fliegt er nicht anders. Das war jetzt ins Gesicht. So lecker ist es. Ah, coole Waffen vorhin. Wie kannst du es schießen in der Luft? Na, alles. Ha, komisch. Das ist es wer, das ist es wer! Scheiß Boomer an und nagt die Schätze. Scheiß Boomer an. Aber ich komme wieder. Ich komme wieder. Okay. Jetzt wird es lustig. Der Holt schießt bei mir jetzt beim Schild. Au! Was? Ja, komm. Ich saue nicht. Ich kann auch mit dem Scheiß Boomerang jetzt sein. Hast du viel behegst, ey? Nein, ich war ein Anzug. Der ist unbegrenzt. Ja. Wo ist der überhaupt, wo sitzt? Da. OIDA! Da kommt der Pummel an. Aua. Ich hab den Schrott. Jürgen, ich möchte was ausprobieren, wenn ich den Schrott finden mache. Humpfen auch wieder. Ich könnte sicherlich nur schauen, wo der Pummel eigentlich soll sein. Nein, Jürgen. Fällt es jetzt nicht so in der Luft, oder was? Ich gehe in die Luft. Hä? Ah! Ich muss den mal gewinnen, ich habe den Schest bekommen. Ah, Huck, mit der Snap, wo ich gerade am Fuhre rein. Haha, direkt auf den Grenz. OIDA! Okay, ich muss jetzt auch ein Pummel rein. OIDA! Wo gibt es denn, wo wir sie hin? Man trifft so wie immer. Ich bin so schwer. Ha 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 ha. Du bist denn kramp. Oh, ich gehe gut. Und der kiebt sie wieder. Au! Oh! Oh, ich gehe jetzt wieder. Aua! 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 Das ist ein Quikki. Warte, warte, testen wir's wegen einem Boomerang. Probier auf kurz. Ich will schon schauen, wieviel Damage wir am Kauf gemacht. 60er. Warte mal, warte mal kurz. Wenn du einen Boomerang wirfst. Und dann... Wirf einen Boomerang und dann zurück L2. Also ein Werf und... Ich muss doch jetzt gerade auch abziehen. Dann kommen wir, wenn ich... Wenn du das probierst, dann... Dann explodiert er in der Luft. Ja, aber ich möchte das mal wieder. Ich sag's jetzt aber fertig und dann gleich bei ihm gleich. Warte, warte mal. Wenn ich jetzt auf die Ski ist. Ja. Ja. Nein, war nicht. Geht's da nicht mehr Damage, wenn ich da nicht so hoch zog? Oder war nicht? Nein, immer noch sauber spüren. Ja. Geht das, wenn ich da neinschieße? Dann haben wir zugegeben und das ist ja wichtig. Ups. Geht das nicht an. Warte so. Warte, warte, warte. Ja. Ja. Tuck dich mal. Tuck dich. So, jetzt schieße ich über die Ski. Nein, scheiße. Nein, der geht immer... Der geht immer auf die Ski. Der geht immer auf die Ski. Der hat die Ski. Der geht immer auf die Ski. Ich verstehe den Puma rein, natürlich. Warte. Der ist ja voll verpackt. Robin, bleib mal stehen. Oder Jürgen. Ich schaue, wie schön die Kalt macht. Der ist wirklich nicht da. Der ist ja voll. Der ist ja voll. Der ist ja voll. Der ist würdig aus, das Herz. Er will mir zu. Los, los! Los, 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 los! Hör auf kurz! Ich hab... Wer haben da jetzt erwärmt? Das ist genau der Fall. Jetzt? Kommt mal her, wir testen da kurz vor Ort. Die beiden müssen sich ja mal kurz aufhalten. So. Und die waren voll, ich warte mal, ich kann jetzt auch nicht mehr. So ein Vergleich. Warte mal, so. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiter weg stehe, dann wirf und dann jetzt Fahrtour. Im Flug sprengen und zurückrufen. Ja. Weiß befind Komm mal! Da muss er sein! Ok, komplette Eskalation Was passiert bei dem Minister? Ah! Warte mal, wie für mal? Oh, ist das HW oder wenn das dann zurückkommt? Ja, 60 Damage kriegst du da noch Alter, mehr als 60 oder? Naja! Warte, steh mal hin! Warte, warte mal! Na, 60! Warte mal! Aber da haben wir Punkte nicht! Na, hab ich nicht! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ja, das ist ein Racket mehr auf dem Fiskal! Jetzt kommt er mir... ... und... Der Jürgen hat einen Adler drohne gestartet, oder wer? Oh, der ist nicht der jetzt, oder wer? Hä? Da bist du ein Adler, da bist du ein Adler! Kann was passieren, wenn der das macht? Das hat doch geschehen zu einem Adler! Was ist ein Adler? Das hat doch gesehen! An, Anniper! Oh, oh, oh! Ray got a headshot! Oh, und da? Oh, und da? Der ist ja feierig, der hört sich! Hihihi, wir wohnen in die Kalle, Lupe! Ich kann Volker's mal, naja, meint. Alter, du hättest wieder gelassen, so. Hab ich schon eine Bank an, Jürgen. Wieso hat das Chili drin? Das ist ja, Chili Softback. Haha. Ah, ich geh zum Lauf. Halt, mein Rackett wird auch bloß dabei. Hauptsache, er stirbt nicht oder? Steht bei mir, der neben mir. Haha. Hahahaha. Aha! Du bist tot, Robin! Du bist tot. Er ist er. Er hat Lime gekriegt, weil ich gestorben bin. Du bist tot, Robin. Okay, äh... Ich hab's nur mit Barker. Ich hab's nur mit.